Ich dachte, du kommst heute mal normal spät. Ja. Bei den ganzen Überstunden kannst du im Sommer acht Wochen freimachen. Wer will ausbezahlen? Jetzt sag mal, was ist das denn hier? Ein Rezept deiner Mutter. Meiner Mutter? Ich hatte Lust zu gucken. Aha. Sag mal. Ja? Deine Mutter hat dir nicht erzählt, dass sie noch den Stubenwagen auf dem Boden zu stehen hat? Stubenwagen? Ja, an dem du als Baby gelegen hast. Ja, weiß nicht. Brauchst du den? Naja. Vielleicht brauchen wir den. Wir sind bald zu dritt. Freust du dich denn gar nicht? Ich kann nicht der Vater sein. Seit meinem Unfall geht es nicht mehr. Mann, da völlig zu sagen, das geht doch nicht. Wir haben ja einen gefährlichen Straftäter genommen. Und ich möchte, dass Sie sofort in Ihr Auto steigen. Sofort in Ihr Auto rein. Sofort in Ihr Auto. Meine Kinder. Tschüss. Tschüss. Ich will es nicht. Ich will es nicht. Ich weiß nicht. Nein, ich schreien. Ich kann mich nicht mehr. Ich bin die Entwender. Ich bin der Wien. Untertitelung des ZDF, 2020